Oberbürgermeisterin Simone Borges hat Anfang September die sanierte Gemeinschafts- und Ganztagsschule Johann Wolfgang von Goethe in Sudenburg feierlich eingeweiht. In den vergangenen zwei Jahren wurden mit einem Investitionsvolumen von rund 8,26 Millionen Euro sowohl energetische als auch allgemeine Sanierungsmaßnahmen realisiert. Dabei mussten die Vorgaben der Energiesparverordnung, die Einhaltung der Fördermittelrichtlinien des Förderprogramms Stark 3 plus EFRE und der Schutz des historischen Erbes berücksichtigt werden. Magdeburg erhielt 1,41 Millionen Euro als Förderung aus dem Stark 3 Programm. Die übrige Finanzierung erfolgte durch die Stadt. Die Johann Wolfgang von Goethe Schule als dreizügige Gemeinschaftsschule ist für die rund 460 SchülerInnen sowie das Lehrerpersonal nun eine moderne und energieeffiziente Schule, freut sich Oberbürgermeisterin Simone Borges über das Ergebnis der beendeten Arbeiten. Ein komplett neu gestaltetes Mehrzweckgebäude dient nicht nur als Mensa, sondern auch für Veranstaltungen. Mit dem Einbau eines Personenaufzugs und behindertengerechter Sanitäranlagen ist das Haus barrierefrei gestaltet. Die energetische Verbesserung des Schulgebäudes erfolgte durch die Erneuerung von haustechnischen Anlagen, Heizkörpernischen und die Dämmung der Kellerdecke. Aber auch die Erneuerung der Dachkonstruktion mit Dämmung, neue Fenster und Thüringen sowie komplette neue Haustechnik tragen dazu bei. Das war's und wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020